jo und willkommen zu insurgency mit mir den florian und ja wir rüsten sie gerade mal wegen aus mal wieder ein koop selbstverständlicherweise und daher genau man kann ja die ganzen punkte ausnutzen das ist total praktisch lebende ziel wir kämpfen ja gegen ki das kann man auch noch machen weil wir lustig sind jo dann legen wir mal los 1 und 0 ach ja die welt ach gott bleibt ja davor stehen am blogger ziehen ich habe davor eine runde gehabt mit der watschie dann war nicht lustig stupid rpg mann der anfang ist die beste stelle von der ganzen mission hier ist der anfang wirklich das allergeilste dieses massenmetzeln eigentlich vom gegner und das stufe raketenwerfer rpg und ja das kommt dabei raus wenn er ist keine wir werden sterben aber ich glaube die spiel die gegneranzahl wurde glaube ich jetzt mal ähm minimiert nachdem es jetzt noch zwei sind aber ich wir haben nur vier von denen getötet insgesamt also haben wir start das ist der geilste anfang überhaupt okay macht es dann gehe ich hierhin aber lasse ich wieder der bg durch das alle wieder über einen drüber hüpfen waren der kapitel wirklich Teamkill Ey, das ist ja unglaublich Also, willkommen Bei einem Haufen Vollpfosten Boah Ich wurde wirklich von meinem eigenen Mann umgebracht Es ist doch wunderbar Ei, ei, ei Jetzt fliegt der andere noch mit in die Luft Komm schon, zünde Ach Gott, der Matador ist so ein doofer Kerl Ja, aber okay Nächste Runde ist natürlich auch cool Ja, und bleibt nicht stehen Drüber hier Ich bin leicht Ich bin wirklich ein wenig leicht gereizt Oh Gott, das sind wie Hornissen, ey Oh Gott Hala Der hat mich in der Nähe. Der hat mich jetzt zwei Mal fucking umgebracht. Aber so wie man macht die Spielen keinen Spaß. Mit solchen Vollhonks, ey. Nicht mal was reißen können. Nice, we just took Bravo. Uzzah! I'm changing magazine. Frag out! Frag out! Frag out! Oh, ziemlich neblig hier. So. Okay, jetzt wird alles frei. I'm reloading. I'm reloading. Und up. We're taking Charlie now. Hey, hey, hey. Okay. So. Ich hoffe mal, dass die mir jetzt diesen Punkt überlassen. Ich bin secure. Nice. Good job. Look out. Counterattack incoming. They're moving towards the objective down. Oh, ne. We're jumping out. Die hüpfen ja schon alle rund. Oh, ne. 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 noch mal sicher ich glaube sie gleich direkt beim respawn töten immerhin einer nach jetzt kommen die alle noch einer ob da geht noch was ja man sieht ja nix ich glaube da lebt keiner mehr ja diese pure gewalt diese pure gewalt ich liebe sie naja ja so geht das jetzt bin ich ein wenig vorsichtig jetzt kommt der schöne part eigentlich steht die welt nur aus schönen parts außerdem folgen steht genau davor für den spaß es gibt hier viele spiele die verstehen das hier dass man hier sich vorpirscht steckung gibt aber es gibt andere typen die rennen hier durch die rennen hier einfach durch und achten gar nicht wenn hinter ihnen überhaupt einer steht das ist hammer nervig ok der typ lebt noch auch hier sind wir gerade ich will nicht mehr wegen einer dummen rpg sterben alle geht auch wirklich video und nissen allen einen fleck eine rakete eine raketenwerfer und wechseln sie wehe lasst da eine kugel zu mir rüberfliegen warte ja war da jemand nein nur du mein kohle ja dir geht es prächtig oder gut Ah, zu dem Punkt komme ich wohl nicht mehr rechtzeitig Wo geht's hier hoch? Hier geht's nicht hoch Meine schönen Punkte Ah 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 Okay, jetzt habe ich mich gerade verlaufen. Ich bin noch nie hier eingebogen. Wollte ich mal ausprobieren. Aber ich habe ja noch Zeit. Ich muss einfach nur den Leichen folgen. Und ich kriege immer noch welche ab. Ja, und jetzt? Ha. Ah, Gott, das wird wieder zu nervig. Hä, ich wurde attackiert? Und komisch, wenn der Support als letzter ist. Eigentlich müsste er ganz vorne sein. Ah. Warte, ich glaube jetzt mal aufhören, hier so viel zu rennen. We're taking hotel. Hm. No one here. Ja, finnisch und englisch only. Ah, why not? Äh. We got hotel. Ja. Leckt's mich. 19.3. Also, ähm, zweite Stelle. Puh. Wie gesagt, das war's wieder von der heutigen Folge, ähm. Ja, wie gesagt, ich hoffe, beim nächsten Mal kriege ich kein Vollhonk wie Matador in meinem Team. Aber, ähm. Ja, mal schauen, was nächste Runde kommt. Ähm, es gibt ja verschiedene Arten. Es gibt ja nicht nur dieses, ähm, Erobern, Verteidigen, Erobern, Verteidigen. Es gibt ja zum Beispiel auch, ähm, als Terrorist. Wenn man dann von, anstatt von Terroristen wird man halt dann von solche Spezialeinheiten halt überflutet von Gegnern. Man muss dann sozusagen zu Save Points gehen. Ähm. Man muss nur dort erscheinen, dass man sich nichts mit einnehmen oder sowas. So eine Art Waffenlager. Und da muss man sich halt durchkämpfen. Und... Man hat halt jetzt nicht so, du läufst jetzt nach A, nach B, nach C. Das ist halt so A, B, C, D, E, F, G. Da sind überall Punkte. Überlebe. Ja. Ich muss sagen, das hab ich einmal gespielt, letztens. Und ich hab's nicht überlebt. Die komplette Gruppe ist daran geweibt. Also, das war extrem geil. Und so eine Nachtmission können wir auch mal machen. Beziehungsweise, ähm, mal so Spieler gegen Spieler. Aber da muss ich wahrscheinlich erst mal eine Zeit lang suchen, bis ich einen Surfer finde, wo es keine Cheater gibt und keine kleinen Kiddies. Und, ja. Aber gesagt, das war's von heute. Bis nächste Woche. Haut rein. Oder bis morgen. Bis zum nächsten Projekt.